Hallo und herzlich willkommen. Wir haben es 8 Uhr und 30 Minuten. Wir haben heute den 27. Tag Ausgangssperre oder aber auch anders gesagt, eben halt den 10. April, Karfreitag und hier am Herzen von Plei de Ingres an der Aorta Avina de Tiachana. Es ist unglaublich, was hier eben nicht los ist. Ja, so sieht es aus. Wetter ist wunderbar, es ist windstill. Guckt euch das mal an, der Bus ist leer. Der weiß gar nicht, warum der fährt. Ich habe den Bus noch nie so langsam fahren sehen, sonst sind die eigentlich immer die hektischen, die rumfahren. Also es ist sehr, sehr schade. Ja, ihr werdet es vielleicht schon gehört haben, heute Nacht ist also die Entscheidung gefallen. Wir haben eine Erweiterung des Ausgehverbotes oder der Ausgangssperre. Heißt im Klartext, wir dürfen jetzt bis zum 26. April zu Hause bleiben oder müssen in dem Fall. Das ist sehr, sehr schlecht, aber ich bin nach wie vor noch der Meinung, dass es der richtige Weg ist, auch wenn es wirklich sehr, sehr mühsam ist und man wirklich nicht weiß, ob das alles später wieder so hinhauen wird. Ich sage mal so, liebe Freunde, ich glaube, wenn ihr nach Gran Canaria wiederkommt, ihr werdet Gran Canaria so nicht mehr erleben, wie ihr es kanntet. Ich glaube, dass wir persönlich durch diese ganze Geschichte sehr, sehr sensibilisiert sind. Ich merke das, wenn man sich also ganz, ganz gelegentlich mal beim Supermarkt trifft. Also was würde ich sagen, wenn einfach mal zufällig zwei Menschen da sind. Man hält Abstand, der eine kommt einen Schritt näher, der andere geht einen Schritt zurück. Man ist da sehr, sehr sensibilisiert worden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, da wo ihr wohnt, aber hier ist das so. Natürlich kommen hier auch dann die Existenzängste. Ihr dürft nicht vergessen, dass natürlich auch viele, bleiben wir mal bei dem Bereich Gastronomie, in den kleinen Läden, diese kleinen Kneipen, diese kleinen Restaurants, die natürlich auch ihren Charme haben und was auch sicherlich Gran Canaria ausmacht definitiv. Ja, da sind aber auch jetzt nicht die Möglichkeiten. Ich kann jetzt ein halbes Jahr lang überbrücken und da sind richtige Existenzängste. Und ja, es ist sehr, sehr schade, aber da könnt ihr nichts für, da können wir nichts für. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir da einfach durchkommen. Ihr wisst ja, unser Adi hat immer gesagt, gemeinsam sind wir Gran Canaria. Ja, das ist so und wir wollen hoffen, dass es einfach auch funktioniert. Es sind im Übrigen jetzt 220 Tonnen Bananen im Überschuss. Das gleiche wird demnächst doch für Tomaten kommen, weil klar, es ist alles produziert worden und der Produktionsweg, das heißt das Wachsen von Bananen und so weiter oder von Tomaten, das dauert halt seine Zeit. Es ist halt im Vorfeld gemacht worden und jetzt sind keine Gäste, keine Touristen da. Es ist eine Riesenproblematik, diese Sachen an den Mann zu bringen. Und ja, wird wohl auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Es wird wohl leider Gottes vernichtet werden müssen. Das Ayuntamento, das Rathaus hat in Windeseile wegen Menschen, die wirklich nichts zu essen und zu trinken haben, die sogenannten Lebensmittelkarten eben nachdrucken müssen, weil der Andrang derartig hoch war. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ähnlich wie in Deutschland. Du musst dich dann irgendwie belegen, dass du wirklich bedürftig bist. Und dann bekommst du halt eben diese Karte, damit du halt eben dann an Stellen, so ähnlich wie ihr es kennt aus Deutschland oder Schweiz oder Österreich, so wie ihr es kennt, eben halt die Tafeln. So was gibt es hier natürlich auch, aber da stehen die echt mittlerweile Schlange. Du musst dich halt vorher erklären und dann eben, diese Karten alleine sind also mittlerweile schon weg. Jetzt ist das natürlich, könnte natürlich einer sagen, ja gut, da gibt es ja 220 Tonnen Bananen. Jetzt kannst du aber nicht nur Bananen essen. Ich meine, das funktioniert nicht. Das macht kein Lebewesen auf der Welt. Und insofern bleibt das andere Problem immer noch, aber es sind auch neue Probleme hinzugekommen. Ihr seht wirklich jetzt, wir haben hier Karfreitag, wir haben, es wäre so halbwegs letzte Drittel der Saison. Also hier wäre auf alle Fälle was anderes los morgens um halb neun. Wie ihr seht, es ist hier nichts, es ist kein Lieferfahrzeug, nichts. Es ist, ja, so ruhig, glaube ich, gab es das Gran Canaria noch nie. Und es ist unglaublich. Als letztes möchte ich gerne nochmal euch auch empfehlen, wenn ihr Gran Canaria mögt, es gibt im Social Network Facebook eine Seite, beziehungsweise eine sogenannte Gruppe, das heißt Hallo Gran Canaria und das ist der Claude Wehstedt. Mit dem arbeiten wir ja hier von rpv Gran Canaria sehr intensiv zusammen. Das ist unser, wie wir so schön sagen, Mr. Gran Canaria. Und der macht das aus freien Stücken, er macht das ohne finanziellen Hintergrund. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne regelmäßig informiert werden über Gran Canaria und alles, was auch dann hinter den Kulissen passiert, dann seid ihr genau in dieser Gruppe und die heißt Hallo Gran Canaria, ich wiederhole mich da, sehr, sehr gut aufgehoben. Und Klaus macht das klasse. Den habe ich übrigens auch gleich wieder um viertel nach zwölf im Radio. So, wir haben es 21 Grad mittlerweile, wir haben keinen Wind, keine Wolke, es wird ein warmer Tag. Es ist auch vorhergesagt, dass wir wirklich das Osterwochenende richtig, ja man kann schon sagen, heiß haben werden. Umso schlimmer, dass wir da nicht raus dürfen. Aber mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Ich sage Dankeschön und wenn euch das gefällt und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr unseren Kanal rpv Gran Canaria, ihr seht unten rechts den Button, gerne abonnieren. Wir freuen uns drüber, wir sind ganz am Anfang damit, wir haben sehr, sehr viel vor. Kaum hatten wir den Kanal fertig, wurden wir eingesperrt. Also wir haben da einiges vor, ihr werdet auch einiges noch merken, dass sich einiges auch verändert. Und wenn es euch interessiert, einfach unseren Kanal eben halt abonnieren. Ich sage Dankeschön, Tschüss, Baba, macht's gut, euer Martin Schubert. Tschüss.